Es gibt zwei Merkmale, die Sie von normalen Menschen unterscheiden. Ich habe hier ein Kaliber 50 Scharfschützengewehr. Ich glaube nicht, dass sie panzerbrechende Munition mit ihren Wegtoren abwehren kann. Wir sind nur aus diesem einen Grund geboren worden, um Menschen zu töten. So etwas würde ich niemals tun. Wie konntest du bloß so blöd sein? Einem Menschen zu vertrauen, meine ich. Obwohl du gar keiner von ihnen bist. Oh, ich halte es nicht englisch aus. Klar sind wir Freunde. Was glaubst du denn, warum ich dich sonst am Leben gelassen habe? Ich will nicht, dass du mich hast, du bist du. Da doch endlich auf! Bitte, du musst damit aufhören! Geben, du wohnst, geben, du suchen sie, ich verkehle das, ich verkehle das, ich verkehle das, ich verkehle das.